Wir bedanken uns bei der Station C2 des Klinikums Leer für die Nominierung für die Cold Water Challenge 2040. Und wie ihr seht, hat die Diakoniestation Stadt Leer die Herausforderung angenommen. Wir nominieren unsererseits die Diakoniestation Wormerland, die Firma Egbert Wils und die Stadt Beckeleer. So, jetzt habt ihr 72 Stunden Zeit auch ins Wasser zu gehen. Ansonsten wird eine Spende für die Suppenkirche Leer Christuskirche und zwei Torten für die Diakoniestation Stadt Leer fällig. Also, seht zu! Okay, auf los geht's los! Okay, auf los geht's!